Einen wunderschönen guten Morgen an diesem 23. Dezember. Ich weiß gar nicht, wie ich mich fühle, so einen Tag vor dem Ende dieser kleinen Videoserie. Trotzdem freue ich mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, mit der Fernbedienung mich aktiviert. Wir sprechen heute über Mounts und zwar von Moment. Moment, die Firma sicherlich ein Begriff. Da gibt es zum Beispiel diesen hier. Das ist der Cold Shoe Mount. Ein kleiner magnetischer Mount, der einfach so auf die Rückseite der iPhones der letzten Generationen sich anheftet und dort hängen bleibt. Und diese Variante hat einen Cold Shoe, einen Blitzschuh. Und dann gibt es noch die hier. Das ist ohne Blitzschuh, das ist einfach ein Wall Mount. Und der hat auf der anderen Seite so ein kleines Sticky Pad, so ein 3M Adhesive Pad. Ich war überrascht, ehrlich gesagt, wie faszinierend toll diese Qualität von diesen simplen Mounts ist. Die sind nicht besonders teuer, aber die sind extrem gut verarbeitet. Also mit diesen kleinen Stellschräubchen und dieses Metall und diese Padfläche, so gummiert. Die verkratzt euch nicht die iPhone Rückseite und die haften echt stark. Ich meine, Moment selbst gibt halt an, dass sie besonders stark halten, diese Magneten. Ich weiß nicht, wie ich das einstufen soll, aber sie halten halt sehr gut. Also ernsthaft sehr gut. Man kann da ohne Probleme iPhones an Wände montieren. Oder, wie in diesem Fall, hat das eine Option, um was anzubringen zusätzlich. Beispielsweise so ein Mikrofon. Ich habe mal so ein kleines Mikrofon mitgebracht und wenn man das hier einfach in den Cold Shoe einsetzt und dann so ein bisschen fest schraubt und dann noch so ein Stecker hier reinsteckt, das ist ein rode Mikrofon, dann wird das zu einer ganzen Videomaschine. Und das Lustige ist, wenn man das einfach dann ablegen möchte, dann muss man nichts abschrauben, sondern man nimmt einfach magnetisch dieses Konstrukt runter und hat dann wieder sein Telefon in der Hand. Also sowohl der Wall Mount, den ich übrigens hier am Schreibtisch befestigt habe, wenn ich da mein iPhone zu Videotelefoniegesprächen einfach mal schnell hinbappen möchte. Also sowohl der Wall Mount, als auch die Cold Shoe Halterung, sehr clevere Konstruktion in einer sehr hohen Qualität meines Erachtens, zu einem sehr vernünftigen Preis. Ich bin sehr angetan, muss ich sagen. Das sind nur zwei von den Moment Produkten. Das ist hier nochmal der Cold Shoe Mount und dann haben wir hier den Wall Mount, der sich so leicht verstellen lässt. Also, der lässt sich so leicht neigen, minimal. Und das ist ganz gut, wenn ich den, da hängt der normalerweise und wenn ich dann mit so einem Gespräch hier angelaufen komme, dann kann ich einfach mein iPhone dahin bappen und können so hands-free weiter telefonieren. 23. Dezember, das war er. Morgen an dieser Stelle noch einmal, wenn ihr Lust habt. Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich.